Er muss erst mal probieren, ob es überhaupt... Ave Maria, mutter Gott! Mit einer Hand du sparst! Sag einfach einmal los. Erstmal. Warte, sie kannst einfach loslegen. Soll ich einfach so? Du schnellst dann... Was soll ich sagen? In der heutigen Folge folgen. Herzlich willkommen zum Cyclic Hospital. Herzlich willkommen zum Cyclic Hospital. In der heute. Nein, das sollst du schon langsam anrollen. Der schafft es noch. In der heutigen Episode oder im heutigen Video? Im heutigen Video. Herzlich willkommen zum Cyclic Hospital. Im heutigen Video zeigen wir euch 10 verschiedene Arten, wie man seinen... Siegerjubel. 10 verschiedene Siegesjubel. Oder Siegesjubel. Nein, sag einfach mal heute so. Heute zeigen wir euch ein Video und dann können wir erst mal cutten, okay? André, sag am Ende noch Hashtag RightHandedPurse einfach. Ne. Alter. Vielleicht stellst du dich so da vor das Schild, dass man das Schild nicht sieht. Gar nicht mal so schlechte Idee. Hey, schau dir hier warte. Du sagst jetzt so ein klasse Rennen oder so. Und dann... Ein güter Sprinter. Und ich so... Okay. Er hat mich vieles zu Ausgaben mitgefahren, weil er hat ja gewonnen. Ja, wieso Ausgaben ist doch mitgefahren sozusagen, weißt du? Acht mal. Jetzt sag zu ihm so ein gutes Rennen. Dennis, geh mal runter von der Straße. Ja, das bin ich auf der Straße. Du musst so halb jubeln. So, machen wir mal so. 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 Ich gebe ihm die Hand. Erst die Hand entgegenstrecken, aber dann ab. Nein, oder was? Dann abbrechen und nach oben weg gehen. Ja. Ja. Ja, Hendrik kann das schneiden. Und wie fühlen Sie sich so als zweiter Platz? Ey, ich war noch vor dir, gell? Ja, ich weiß schon. Ich habe es auch schön auf länger geschlagen. Deine Reise. Es geht los. Ja, kann sein. Ja, was machen die jetzt? Ja, da kommt wahrscheinlich ein Auto. Ja, Leute. Hallo. Warte. Warte. Ja, okay. Bereit. Super, Henry. Super. Super. Hashtag right 100%. Keine Werbung hier. Oh, das Führungsfaktor kommt schon. 12 Hours später. 12 Hours später. Applaus, Applaus, Applaus. Du hast ja nicht so schlecht. Du musst so halten, 100% wirst du verraten. Nicht so hoch. 100% ja. Du hältst viel zu schief. Wie? Hältst du? Okay. Soll ich den Sprint anfahren? Ja, ich weiß doch, wie du es checkt. Halt es. Halt es. Halt es so ein bisschen tiefer. Bist du dumm? Ja, ich. Bist du dumm oder was? 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 Nein! Einfach auf Rot wieder drücken, oder? Ja. Es geht los. Fertig. Ja. Lange und los. Schieb. 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 Leise. Auf geht. Hopp, 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 hopp. Schieb. 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 Keine Ahnung. Hä? Nein. Du bist so dumm. Oh, wie er dachte ich. Ja, okay. Es geht wieder los. Ninos läuft's. Wenn's läuft, dann läuft's. Soll ich erst stehen bleiben? Ja. Da steh ich mir grad hin. Hä, der ist immer noch viel zu schnell. Hä? So schlecht du musst dich schieben, Digga. Das ist das einzige was wir machen. Ja. Komm dich um. Komm dich um. Loke ey, du musst schieben. Loke, du musst schieben, Mann. Kannst nochmal fahren. Ihr dürft aber auch nicht labern. Loke, Mann. Ihr dürft aber auch nicht labern. Wir müssen leise sein, Mann. Ja, rechts. Wir müssen leise sein, Mann. Warum muss ich schieben? Weil du es besser kannst. Setz mal schnell den Helm ab. Jetzt kann es kommen. Zeit mir leise. Das sieht irgendwie schwul aus. Wir müssen leise sein, Mann. Wir müssen leise sein, Mann. Er muss erst mal probieren, ob es überhaupt... Ave Maria, mutter Gott. Mit einer Hand du sparst. Was? Was hab ich gemacht? Chaves macht immer so, mit einer Hand am Lenker und dann... Okay, gut. Sorry. Fahr mal mit den anderen. Wieso mit den anderen? Ich bete ihn doch nicht, wenn ich mit den anderen ankomme. Oskar und ich sind weiter hinten und du hast ungefähr 20 Meter hochgekommen. 20 Meter. Das ist aber auch gut. 20 Meter ist der ganze Berg. Achtung! Junge, Junge. Samuel Händler, wie geht's? Mir geht's gut. Ihn. Ja. Warte, warte, warte. Dre bleibt doch gerade. Nee. Du musst das Rad abschnecken und ihm in die Hand geben, irgendwie so. Alter, fahr ich auf der anderen. Warte, 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 warte. Jetzt. Mach. Los geht's. Jetzt. Komm, 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 komm! Super Jungs! Super Jungs! War das? Sag ich kurz in die Straße. Du hast schon recht, Dinger. Die kommen oder läuft schon? Du mal deinen Finger da weg. Nein, nein, nein. Sagst du auch was? Ja, das war das, sag ich. Das? War? Das? Zeig dir was? Portal? Video! App. Der, 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 der. Ja, gut, das... Den Depp schneidest du raus? Sag da, abonnieren und da. Nein, das macht er. Rechts oben. Rechts oben abonnieren und links oben können sie unser letztes Video anschauen. Fick dich! Perfekt für Outtakes jetzt. Ey, das lass ich so drinnen machen. Ja, das war's. Tschau. Das war noch nicht klar. Komm rein, das nehmen wir nicht auf, das ist schlecht. Gib ich meinen Helm und meine Brille wieder? Hö, hö, hö. Damit nicht mal bist du. Ab jetzt weg. Ja, das ist ja gar nicht mal. Vremsch. Wie ist die, die das ist? Oder wie ist bei Sicherheit? Das war's.